Hashtag läuft bei mir. Ganz im Gegensatz zu der Bullspurt-Kuh. Wollt ihr nicht auch mal irgendwas arbeiten oder? Überlegt euch doch mal irgendwas, irgendeine coole Aktion. Coole Aktion? Ich hab's. Autowäsche. Lassen Kontist draus machen. Und der Verlierer putzt das Klo, nachdem Nick drauf war. Voll die Kartoffel, oder? Du musst echt mal duschen, du Opfer. Ja, mann, du riechst wie deine Mutter zwischen den Beinen. Ich krieg immer, was ich will. Die Frage ist nur, wie. Au! Hey, jetzt hört auf mit der Scheiße! Wir gehen zusammen schaffen wir alles, es gibt tausend Wege.